Wohlfühlgewicht Wie du dich vom Diätzwang befreist und intuitiv deine Wohlfühlfigur erreichst. Gelesen von der Autorin persönlich, Dr. Mareike Awe. Vorwort Ich stehe völlig verzweifelt in meinem Zimmer und starre mein Spiegelbild an. Meine Jeans spannt bedrohlich am Knopf und mein Bauch quillt über den Hosenbund. Frustriert kneife ich in meinen Hüftspeck, bevor ich mich einmal von jeder Seite im Spiegel betrachte. Es hilft nichts. Kein Bauch einziehen, kein anderes Licht, keine noch so schmeichelhafte Pose. Ich bin zu dick. Seit Monaten versuche ich abzunehmen. Verzicht ist mein zweiter Vorname. Jeden Morgen sage ich mir, heute schaffe ich's. Ich faste den ganzen Vormittag, trinke literweise Wasser und quäle mich eine Dreiviertelstunde bei maximaler Intensität auf dem Crosstrainer, bis ich vollkommen erschöpft bin und Kopfschmerzen habe. Früher oder später passiert es dann. Der Heißhunger überkommt mich. Ganz egal, wie sehr ich mich zusammenreiße oder ablenke. Ich kann an nichts anderes mehr denken, außer Essen. Mein Wunsch, etwas zu mir zu nehmen, lässt einfach nicht nach, bis ich irgendwann schwach werde. Alle Hemmungen fallen und ich greife zu meiner Lieblingssüßigkeit. Schokolade. Und dann? Danach fühle ich mich wie die größte Versagerin des Planeten, weil ich es wieder einmal nicht geschafft habe, zu widerstehen. Je mehr ich verzichte, umso angespannter wird mein Essverhalten. Und durch meine unbändigen Heißhungerattacken nehme ich immer weiter zu. Seit Monaten kreisen meine Gedanken nur noch um dieses eine Thema. Auch am letzten Osterwochenende, das ich mit meiner Familie verbrachte, übte ich mich erneut im Verzicht. Ich ließ die Krokant-Ostereier an mir vorbeiziehen, den ofenwarmen und lecker duftenden Karottenkuchen ebenso und gönnte mir noch nicht einmal einen Klecks Bratensauce. Ich war so gut und so diszipliniert. Vor einer halben Stunde kam ich dann nach Hause. Kaum hatte ich die Schuhe ausgezogen, war mein Heißhunger so groß, dass ich in mein Zimmer stürmte, in meiner Tasche nach den Schokoladen-Osterhasen suchte, die meine Mutter mir mitgegeben hatte und gierig innerhalb weniger Minuten drei von ihnen aß. Und jetzt stehe ich hier und fühle mich einfach nur furchtbar. Verzweifelt schaue ich in mein Spiegelbild und in meine verheulten Augen. Du bist die größte Versagerin der Welt, denke ich. Schluchzen wende ich mich vom Spiegel ab und lasse mich auf den Laminatboden sinken. Ich vergrabe mein Gesicht in den Händen und wünsche mir, dass sich der Erdboden auftut und mich verschluckt. Der Jeansknopf drückt mir höhnisch in den Bauch. Wütend reiß ich ihn auf. Dabei fällt mein Blick auf die goldene Alufolie der Osterhasen und die roten Bänder mit den Glöckchen, die um mich herum verstreut liegen. Mir wird schwindelig, wenn ich sehe, was ich da alles in mich hineingestopft habe. Ich konnte einfach nicht damit aufhören, einen Schokohasen nach dem anderen auszuwickeln und hastig aufzuessen. Kein Wunder, dass ich so aussehe, denke ich. Und dann denke ich gar nichts mehr. Mir laufen die Tränen der Enttäuschung über die Wangen und ich fühle mich einfach nur schrecklich. Ich habe keine Kraft mehr für das alles. So, wie es im Moment läuft, hat es einfach keinen Sinn. Ich will mein Leben zurück. Vor meinem inneren Auge ziehen all die schönen Momente vorbei, die ich in den letzten Monaten verpasst habe oder nicht genießen konnte, weil ich so beschäftigt mit mir, meinem Körper und meinem miserablen Essverhalten war. Mit einem dicken Kloß im Hals denke ich an die kommenden Monate und Jahre meines Lebens. Glasklar sehe ich mit einem Mal all die Augenblicke vor mir, die ich verpassen werde, wenn ich nicht endlich etwas in meinem Leben verändere. Aus meiner Verzweiflung wird Wut und ich verspreche mir an diesem Abend, ich werde dieses Thema für mich lösen. Einleitung Ich werde das letzte Mal in dem Moment, den ich in den letzten Monaten glaube ich, ich werde das nicht in den letzten Monaten für mich lösen. Vielen Dank.